Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom1974, es ist Zeit für weiteres Amiibo-Hunting und ihr seht schon, das ist Super Mario in Silber und gerade habt ihr auch gesehen in Gold. Die Version gibt es nur in USA, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, nicht in Europa, fragt mich nicht warum. Ihr seht schon, der Unterschied ist, steht einmal hier Mario in Silber und dann steht er eben hier bei einem Silver Amiibo Edition und bei einem anderen steht Gold Amiibo Edition. Die sind in einigen Ländern exclusive, ich glaube die goldene Figur ist USA beim Ballmarkt und also wir müssen mal Wikipedia gucken, wer das bescheuert, was da alles wie exklusiv ist und so ein Scheiß. Ist auch eine tolle Idee von Nintendo, um noch mehr wahrscheinlich Geld zu machen. Wie gesagt, die beiden Figuren habe ich aus Amerika, genauso wie die Pac-Man-Figur. Ihr seht bei tollen Ebay-Sellern und selbst beim Amazon Marketplace, der mittlerweile auch nicht mehr ernstzunehmend ist, seht ihr ja tolle Leute, die das für irgendwie Schweinegeld verkaufen, macht das nicht. Die wurden für normale Kohle verkauft und wenn ihr einen vernünftigen Ami findet, dann kriegt ihr die Dinger inklusive Porto locker für 20 US-Dollar. Das ist für uns ja fast geschenkt, deswegen habe ich da auch zugegriffen, da wo ich dann eben auch Pac-Man her hatte, hatte ich dann eben auch die beiden her und dann habe ich mir das auch gleich gegönnt. Die sind limitiert, das ist richtig, aber auch nicht so limitiert, dass sie irgendwie 20 Jahre abwertwert sind oder wie irgendein Depp bei Ebay geschrieben wird, eine Wertanlage. Ja, das ist besser als Gold. Genau, Pfeife. Nein, also wenn ihr das für normale Kohle kriegt, Verursammlung sicherlich lustig, aber sonst ist es nicht die Kohle wert, für die es da reingestellt wird. Deswegen holt euch ein Ami, da gibt es genug Facebook-Gruppen, die auch mittlerweile Amiibos tauschen, weil den Amerikanern fehlt eine Menge, was wir hier standardmäßig haben. Und umgekehrt, nutzt das und dann kriegt ihr das auch für normale Kohle. Ansonsten, jetzt habe ich auch Silber und Gold von Super Mario. Das ist übrigens die Super Mario Amiibo, also nicht der erste Mario, sondern der eben aus der Super Mario Edition, aber es wurscht, der hat die gleichen Fähigkeiten, ob er jetzt Silber und Gold ist. Und natürlich ist das nicht echt und auch nicht Silber und vergoldet und was für eine Scheiße da alles stand. Nein, das ist Farbe. Ganz simpel und einfach. Deswegen für normale Kohle zugreifen, sonst Finger weg. So, aber ein Amiibo Vivo habe ich ja noch für euch. Bis dann. Tschüss.